Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Hachi Gaming, Flo von dem Start, heute mit dem neuen EASC Content, es ist Mittwoch, wir haben natürlich ein neues Team of the Week am Start, gehen wir gleich rein, aber vor allen Dingen die Partyback-SBC und zwar neu am Start, Road to the Knockout, Total Rush, Trailblazer Upgrade, da gehen wir heute rein in mehrere von diesen Packs, außerdem mit Showdown-SBCs und wir haben in der Trax-Verstellung Nummer 3 ein 50k-Pack für uns alle, neue Objectives, neue Evolution, wir gucken uns alles hier in dem Video an, bleibt also dran, stallt euch an, holt euch fest, du was trinken und genießt das Video. Let's go! Jeden Tag hier zu, haben noch kein Abo dagelassen, holt es also gerne nach Freunde, denn es ist for free und wir haben es fast geschafft, die 60.000 Abonnenten. Ich will mit euch direkt zu der Road to the Knockout, Total Rush, Trailblazer Upgrade, SPC springen, denn ihr seht es, wir haben eine Woche Zeit, das ganze Ding refresht sich in zwei Tagen und ist sogar, wie gesagt, einmal wiederholbar logischerweise. Sehr, sehr geile Geschichte und wir haben zwei Segmente, es ist eine absolut günstige SPC und EA scheint heute generell im Gönner-Modus zu sein. Ein 83er Gradient Squad mit einem 85er und ein 83er mit einem Team of the Week, also preislich sehr, sehr gut dabei, den einen Squad haben wir schon ready to go gemacht und jetzt gehen wir mal rein in den letzten, geben das Ganze ab. Ihr seht es, 85er Robertson, auch vom SPC-Speicher, sehr, sehr viel vom SPC-Speicher abgegeben, Freunde, denkt bitte dran, den gibt es nach wie vor im Game. Dann seht ihr 82er, ja, acht Stück und oben zwei 84er, that's it, das ist der 83er Gradient Squad. Wir bekommen zwei kleine Packs, die wir gleich auch noch gemeinsam öffnen und dann, wie gesagt, das erste Pack, Freunde. Wir gehen direkt am Anfang des Videos rein in das erste Road to the Knockout, Total Rush und jetzt eben auch Trey Blazer in dieser Partyback SPC, Freunde. Wir starten direkt rein, erstes Pack, wir verlieren keine Zeit und dann zeige ich euch den Rest, was sonst noch rausgekommen ist. Also, wir gehen rein, yay, bitte, macht den Gönner-Modus an. Also, wir machen erstmal die kleinen, feinen Packs auf hier, das sind die beiden Packs, die wir bei dieser SPC bekommen. Und dann gucken wir mal, wie viele Packs wir gleich hier in dem Video geöffnet bekommen, mit der Community zusammen. Und hier haben wir sogar 1000 Münzen mit dabei, der Rest wird discarded. Und dann gucken wir mal im Elektron-Profi-Pack. Ja, auch da kann natürlich was drin sein, liegen SPC, etc. Wir nehmen erstmal alles mit und packen es rein auf die Transferliste, Schrägstrich, Verein. So, jetzt haben wir das erste Road to the Knockout, Total Rush, Trailblazer-Profi-Pack. Freunde, wir öffnen das erste E3, E2, E1 und wir bekommen Road to the Knockout. Oh oh, kein Walkout-Flair, ZDM Frankreich. Ach nee, ach nee, Freunde, André, 84er, ja gut, müssen wir dazu noch was sagen, Freunde? Halt Hard Discard, es ist halt die Gamble-ASPC, aber Freunde, siehst du günstig, auf jeden Fall mal versuchen. Erstes Pack haben wir schon mal, dann gleich rein in die Nests. Zuvor will ich euch zeigen, was sonst noch da ist, das ist einmal die NWSL-Showdown-Geschichte, und zwar zwischen Orlando Pride und Washington Spirit. Da bekommen wir einmal Angelina hier und Kwasi, bekommen wir hier, also ordentlich Pace und Angelina am Start, mit natürlich weniger Pace, beide zwei Segmente, gucken wir kurz rein, 82er mit Team of the Week und 83er mit einem Brasilien-Spieler. Dann haben wir Kwasi, zwei Segmente mit 82er und 83er mit Team of the Week, also relativ günstige Showdowns. Vor allen Dingen für NWSL-Spieler, beziehungsweise die, die schon viele NWSL-Links brauchen, vielleicht eine Showdown-Geschichte. Sonst allgemein ein Showdown-Ding, eigentlich kaum jemand interessiert. Wir gucken uns mal die Karte an, 4-Star, 4-Star ist okay, ZM, ZM, LM und ZOM. Sehr ausgeglichen für die Karte an sich grundsätzlich, okay, Playstyle-Plus, aber hier Technik kann man machen, muss man nicht. Dann Kwasi, gehen wir von links nach rechts, 3-Stände, 4-Stände, okay, RF, RM, Stürmer, linker Flügel. Ja, ordentlich Pace, ich weiß nicht, was für Collector, maybe, irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin mir da nicht sicher, ich bin auf jeden Fall jetzt nicht heiß und springe vom Stuhl auf diese beiden Showdown-Karten. Ja, lasst mich gerne auch immer natürlich wie immer in den Kommentaren wissen, auch zu der Showdown-ASPC. Und jetzt kommt's, Freunde, haltet euch fest, Star- oder Track-Stars-Challenge, nicht Star-Challenge, sondern Track-Stars-Challenge. Nummer 3, gibt uns ein seltenes Profi-Pack. Wie geil ist das denn? Hallo? Was ist da denn los? Zwei Tage bitte auf jeden Fall reingehen und die SPC ist auch noch sau günstig und sau leicht und sau simpel und hast du nicht gesehen. Also, Profis aus dem Land, der SEM-Region mindestens zwei, mindestens drei aus einem Verein, maximal vier Ligen, interessiert uns nicht, selten Profis, mindestens drei, mindestens 75er Rating, mindestens 31 Team Schmie. Geht also komplett am besten in eine Liga. Ich hatte jetzt tatsächlich kein Torhund mehr aus der Premier League am Start, deshalb haben wir einfach eine Nation aufgeriffen mit Hemden hier und sind hier in die Frauenliga gegangen. Sie bekommt dann den einen und wir sind auf ein dreises Team Schmie. Ja, also das ist so simpel. Wir haben jetzt hier drei von Liverpool abgegeben, aber gebt einfach das, was ihr im Verein habt, ab, Freunde. Geht auf eine Mainliga, ist egal welche, guckt, was habt ihr im Verein und holt euch wirklich, das ist ein 50k-Back-for-free, Freunde. Das kannst du keinem erzählen. Richtig geile Geschichte, Freunde. Und da will ich euch doch mal zeigen, wie sieht eigentlich das Team of the Week aus, ja. Vielleicht habt ihr die Nix schon auch gesehen. Es ist eines, vielleicht sogar das beste Team of the Week, was bis jetzt draußen ist. Das kleine Manko. Und das ist wieder, ja, mein kleiner Fehler. Ihr seht es hier. Wir haben gerade bei den Männern da eben keine dynamischen Bilder am Start, ja. Haaland ist dabei. Patrick Osharo ist am Start. Sehr, sehr nice. Horan, der haben CR7 mit am Start. Geise ist am Start. Sehr, sehr nice, Freunde. Mit 91 Physis, 94 Pace. Gurri haben wir am Start. Bronze. Genau, ihr seht, alles perfekt. So muss es sein. Dann haben wir Kirby am Start. Kingsbury. Dawson ist am Start. Tonali. Dumfries. Brahim. Dinje. Taremi. Und so weiter und so fort. Ihr seht es unten. 83er, wie gesagt. Die Lowers-Braten. Sehr, sehr nice Team of the Week Nummer 10, Freunde. Ich habe es euch gesagt letzte Woche. Team of the Week Nummer 10 eigentlich immer ein Banger. Und ich glaube, das können wir heute mit Haaland, mit CR7 und auch Patrick Osharo auf jeden Fall schon mal festhalten, um mal jetzt 3-0 zu nennen. Allgemein, ich finde es ein gutes Team of the Week. Team of the Week Nummer 10. Meiner Meinung nach lässt es sich sehr gut sehen. Bin gespannt auf eure Meinung. Und dann gehen wir zur Trackstar Challenge Nummer 3, Freunde. Also, zählendes Profi-Pack. 50k-Pack. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin sprachlos. Es ist mega geil. Das ist mal mega nice. GG an EA. Genau so wollen wir das Ganze haben. Und das 50k-Pack gibt uns 83 oder höher garantiert. 3, 2, 1, Abfahrt. Keine Special-Karte. Kein Walkout. Okay. Wir scheinen heute auf jeden Fall hier kein Pack lag zu haben auf der Road to Glory. Aber wir nehmen mit, was wir können. Und bekommen 84, 83, ja, 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 Traoré. Ja. Das SBC-Speicher und das ab auf die Transferlist. Also 50k-Pack. Holt es euch auf jeden Fall ab. Packs für dich. Haben wir da was? Nein, niente. Und dann gucken wir mal gerade gemeinsam zu den Zielen. Beziehungsweise ich zeige euch das gleich bei Foot GG. Denn ich müsste jetzt nochmal raus zum Ultimate Team, damit die Ziele angezeigt werden. Hier haben wir Meilenstein ready to go. Kümmer ich mich aber gleich drum. So, bevor ich euch die Objectives zeige, haben wir wahre Stärke. Eine neue Evolution, die mal wieder an der Paid Evo ist. 60.000 Münzen, beziehungsweise 800 FC Points. Da heißt es, es gibt einem Innenverteidiger-Profi wahre Stärke, um jeden Zweikampf zu gewinnen. Kante Block Plus, die Rolle Verteidigungsprofi Plus Plus, sehr interessant. Und ein neuer Premium Evo-Rahmen sorgen für eine neue Defensive. Da seht ihr wieder diese Red-Geschichte, rotes Flair sozusagen da drüber. Das kennen wir schon, dieses Kartendesign generell. Ja, wir haben insgesamt dann drei Levels zum Upgraden. Rush, Rivals, Squad-Bettles, hier beliebiger Modus sogar teilweise. Und ich glaube, da haben wir ein paar Banger mit da beschlackt. Unter anderem, kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, passt rein. Fandewin, die Team-Auto-Bett-Geschichte. Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Ja, da ist die Frage, will man Reven reinpacken oder eben nicht? Ist es einem zu teuer? Auch da bin ich gespannt wieder auf eure Meinung. Ja, generell, ich weiß nicht, ich bin, ich weiß nicht. Also so wie die Evos aktuell sind, wir haben die Max-Geschichten wieder am Start. Ich glaube, da sind ein paar Top-Kandidaten dabei. Aber ihr seht jetzt, Sarge-Stick, kein Pace-Boost, schießen kein Boost, passen 66, 77 Dribbling, 78 Def. Und wir reden hier wirklich nur über den Physis-Boost 86. Der ist aber ja wahre Stärke. Ihr seht es hier, Spring-Ausdauer-Aggressivität, Playstyle. Spring-Ausdauer-Stärke-Aggressivität, Stärke-Playstyle, Playstyle-Playstyle, Verteidiger-Probi-Plus-Plus und das Deko-Upgrade. Ich bin kein genereller Fan von diesen, ja, visuellen Dingen, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich glaube, hier braucht ihr auf jeden Fall eine Karte, die im besten Fall halt schon eine gute Def hat. Vor allen Dingen auch gutes Pace, denn Gesamtrating maximal 84, Dribbling maximal 79, Playstyle maximal 8, Playstyle-Plus maximal 1 und Innenverteidiger die Voraussetzungen. Die Voraussetzungen geben das her. Also was brauchen wir? Pace, schon gute Def und dann halt auf jeden Fall vielleicht noch nicht gute Physis, aber die wird ja hier geupgradet. Also insofern kriegen wir hier dann auf jeden Fall eine rounder EV-Karte raus. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, so wie die Evos aufgebaut sind, 60.000 Münzen, da musst du halt echt eine EV-Karte haben, wo es sich halt wirklich lohnt. Ja, also fett lohnt halt. Also Tomori könnten wir jetzt hier zum Beispiel nehmen, der hat schon gute Base Pace. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Ist es das einem wert? Ich weiß es nicht. Sehr schwieriges Thema mit der Evo. Ja, machen wir das Thema der Evolution zu. True Strengths, 60.000 Münzen, das passen fast 80.000 Spieler rein. Das muss man sich mal reinziehen. So, und natürlich einer von denen, die man nehmen will und möchte, Freunde, ist definitiv ein Fante-Win. Auf jeden Fall. Ja, zu Bedir, Dragozin, das sind gute Dinger, die da auf jeden Fall direkt mal gut reinpassen. Gold Card weiß ich gar nicht so sehr. Vielleicht noch Quaresch mal hier. Die Special Karten. Und dann vielleicht mal schauen, wen ihr vielleicht schon geemotet habt und den dann zu kombinieren. Das wäre vielleicht eine ganz coole Geschichte. Aber so wie es aussieht, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Aber ich meine, Fante-Win ist ein No-Brainer. Also wenn ihr den habt, Freunde, das ist die Evolution gefühlt für ihn. Ja. Sehr, sehr nice Geschichte. Bin gespannt auf eure Meinung zu der Evolution. Dann haben wir die Objective am Start. Das ist Physical Prowice. Flex your skills in this Flash Rush Event to earn Packs and SP. Natürlich. Wir haben Sangu Egyza, 1000 XP, Freunde. Flash, Flash Rush Event. Wenn ihr Bock drauf habt, Rush zu zocken. Dann heißt es hier, spiele ein Partie. Hier in diesem quasi neuen Modus. Physical Prowice, wie er halt eben heißt. Gewinne 5 Rush Matches using a player with mindestens 80 Physis. Win 2 Rush Matches in a row. Zwei hintereinander. Auch das wird schon kritisch. Und dann 50.000 Rush Points für 500 SP hier. 1000 SP hier. Und wie gesagt, Sangu Egyza ist dann der Gruppen Reward. Gucken wir uns kurz an. Generell gutes Upgrade allgemein. Als Objective Geschichte. Und Placer plus Relentless. Drei-Stände, vier-Stände Upgrade. Aber Freunde, ich sage es euch ganz ehrlich. Wer hat Bock, in Rush-Polus zu gehen? Das kannst du im Endeffekt nur mit Freunden zocken. Sonst macht das Ding absolut gar keinen Bock. Seien wir ehrlich. So Freunde, dann schauen wir uns jetzt nochmal von den ein oder anderen Team of the Weeks die Upgrades an. Einfaches Plus 1, Plus 2, Plus 3. Paste dann auf CR7. Sehr, sehr nice, dass er am Start ist. Dann haben wir Padri am Start. Forster, Forster mit dem Plus 1 Upgrade. Oh ja, das spiegelt sich auch hier in den Upgrades wieder. Und dann haben wir Erling Haaland. Natürlich mit anderen Special-Karten. Aber wir gehen mal von der Base aus. Okay. Das ist das typische Team of the Week-Upgrade. Also ich glaube generell können wir sagen, Team of the Week lässt sich sehen. Wir gucken gerade nochmal hier, ob Bronze-Spieler vielleicht dabei sind. Aber das sieht teilweise nicht noch so aus. Ja, Silber, Gold, Gold, Gold. Ah, hier ist einer dabei, Freunde. Garbet ist am Start. Bronze, in Bronze-Specs verfügbar. Also da wissen wir auf jeden Fall Bescheid. So, dann haben wir das Nächste. Und, willkommen, ZDM, Schweiz, Roman Soccer League. Äh, I guess not. Ich denke in Reihen, Freunde. Arsenal, wie heißt sie nochmal? Hatte sie schon am Start? Velti, genau. Velti ist es gewesen. Velti hat auch das 50k-Pack noch. Wir gucken rein. Ah, 84 mal 2 Upgrades am Start. Auch bei Discard 14k. Also, Road to the Knockout. Und 50k-Pack ist hier am Start. Nehmen wir das 84 mal 2 mit. Nehmen wir den Walker noch mit. ZDM, Deutschland, Bundesliga. Ja, Freunde. Und jetzt die Frage der Fragen. Geht ihr rein in die Party-Bag-SBC? Oder sagt ihr, nee, nee, ich lasse schon in jedem Flur und die Community, die Packs öffnen. Schaut gern zu, aber reingehen tue ich nicht. Musiala ist dabei. GG. Und damit rein zu den Nächsten. Next one. Und wir sehen es wieder. Road to the Knockout. Stürmer. Bundesliga. Ein Scheschko. Boah, preislich, Freunde. Bin ich mal auch gespannt. Nach den ganzen Party-Bags, die auch vorher rauskamen. Die müssen doch alle bodenlos ganz unten sein. Okay, 34.000 immer noch Scheschko. Und preislich sind wir bei der SBC übrigens bei Roundabout auch tatsächlich 30.000 Münzen. Also, das ist das, was du mindestens da raushaben willst. Die 30k in dem jeweiligen Spieler drin. 50k Back am besten gönnt das natürlich auch. Oder gebt euch neben dem entsprechenden immer noch SBC-Futter. Für vielleicht sogar die Party-Back SBC. Aber ich denke preislich, gerade mit der 50k Back oder auch jetzt hier mit der Road to the Knockout, Total Rush und Trailblazer Upgrade SBC, hat EA auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich habe wirklich 0,0 damit gerechnet, dass EA so im Gönner-Modus ist mit dem 50k Back. Weil das sieht man schon sehr, sehr, sehr selten. Finde ich. Finde ich. So, die Packs scheinen nicht. Jetzt sind wir nicht 4.8. Doppler. Doppel-Upgrades-Finger weg, Freunde. Jetzt das 50k Back. Komm. Hau einen raus. Keine Special-Karte. Kein Warcout. Ab ins nächste Pack. So, wir starten hier mit dem 50k Back. Warcout, perfekt. Frau Wars, Innenverteidiger. Ja, das ist Barcelona. Frage ist 88 oder 89. Es ist Paredes. Okay. Sehr, sehr nice. Guck mal, das ist das, was du dann haben willst. Schön, Futter, Futter, nochmal Futter. So, jetzt haben wir das nächste Party Backpack. Komm, bitte mal was anderes als Road to the Knockout. Yes. Nee, Moment. Es ist Europa League. Spain. Ich habe die Position jetzt nicht gesehen. La Liga. Haben wir denn da am Start? Ah, Zubimendi. Da haben wir eben über den Team of the Week gesprochen. Die 86er Version. Drei Stelle, vier Stelle, aber auch bei 11k. Okay, du hast sie immer noch nicht am Start. Au, Mann. Au, Mann. Schade. Ab ins nächste. So, wir starten mit dem 50k Backpack. Und wieder dem Walkout ZM. Jawollo. Freunde, nehmen wir doch gerne mit. Walkout ist 50k Back. Immer gerne gesehen. Lidl. Ah, leider nichts anderes. High Rated drin. Kein Duplikat, interessanterweise. Und jetzt die Party-Make-Geschichte. Wo haben wir sie am Start? Ab nach hinten wahrscheinlich. Ganz hinten dran. 84 mal 2. Dahinter waren sie, ne? Hello? Hello? Nein? Da ist es. Perfekt. Okay. Road to the Knockout. Rush Trailblazer. Bitte. Komm. Es ist mal eine andere Version. Walkout ZM. Linker Flügel. Haben wir schon. Haben wir das letzte Mal gehabt, Freunde. Warten Sie. Hatten wir beim letzten Mal am Start gehabt. Das war, glaube ich, das letzte Mal auch der Win. Beziehungsweise die Highest oder die am meisten. War es die meisten teuerst? Ich weiß es schon gar nicht mehr, Freunde. Müssen wir gleich. Der Endcard müsste reingehen in die von der letzten Woche. 50.000 Münzen Roundabout. Also teurer als die SBC. Die hatten wir auf jeden Fall auch schon mal am Start. Teurer als die SBC und kein Duplikat. Roundabout 50.000 Münzen. Nehmen wir mit. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was ihr in den jeweiligen beiden Packs drin hattet. Wir starten hier wieder mit dem 50k Pack. Diesmal kein Walkout was IV. Es ist White, Rechtsverteidiger. Blosovic ab auf den SBC Speicher. So. Sehen wir noch den Trailblazer? Wir sehen ihn auf Ansage. RM. Spain. La Liga. Es ist Co... Es müsste, ne? Hä? Äh. Lorente sein. Lorente. Ich habe Coco schon gesagt. Lorente. Okay, das war jetzt eine weirde Anzeige. Also damit haben wir tatsächlich, das Beste kommt zum Schluss, Freunde, den besten Pull mit über 200.000 Münzen einfach dick Lorente draus gezogen. Ich war jetzt gerade auch weird. War mir gerade viel angezeigt. Aber das war schon mal sehr, sehr nice. Lorente zum Abschluss. Ich glaube, besser können wir das Video nicht beenden, Freunde. Und insofern sieht man da an der Stelle einfach top oder flop. Man weiß es halt erst am Ende nicht. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall reinzugehen bei dem Preis. 30.000 Münzen. Versucht es auf jeden Fall. Fancy G geht auf jeden Fall raus. Sehr, sehr nice Pack dabei gewesen. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr drin erachtet. Wenn ihr noch mehr von den Partybergs sehen wollt, dann gerne hier in das Video gehen. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder. Hier an gleicher Stelle. Euer Flo von Archie Gaming. Lasst Liebe da. Ciao Leute.